Plötzlich war es soweit. Es ist bei mir so, dass ich sehe, dass geistig und energetisch alles möglich ist. Und doch haben wir Grenzen, sind manipuliert und kommen über diese Grenzen nicht hinaus. Und da gibt es Menschen wie mich, die Impulse erhalten, Botschaften und Bilder. Und plötzlich an einem Tag, wo auch die Sonneneruptionen sehr stark waren und ich, jemand Binder, sagt, sich dann mit dieser Energie auch zu verbinden. In den Fluss dieser Energie zu gehen. In den Frieden zu gehen. Das Positive, was uns angeboten wird, die Möglichkeiten und Chancen zu nutzen, sich dafür zu öffnen. Schickte man mich geistig auf diese Reise. Und diese Reise teile ich mit dir. Ich schenke sie dir. Und es ist ein großes Geschenk. Denn viele versuchen, im Außen und mit äußeren Mitteln, ihre Zirbeldrüse zu reinigen. Sie versuchen, ständig einen Widerstand aufzubauen gegenüber den Sonnenenergien, Sonneneruptionen. Sie kämpfen mit der Schumann-Frequenz und den Erdmagnetfeld-Schwankungen, das aber nicht aufhören wird. Es wird sich alles verändern. Es wird immer stärker und mehr werden. Denn desto mehr Menschen dies tun, desto schneller wird es hier schön werden, könnte man sagen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du dir das wünschst, dass es endlich aufhört, dass du dir das wünschst, dass du in Ruhe und Frieden hier leben kannst, dass alles in Frieden ist. Und dass du nicht mehr manipuliert wirst, dass du nicht mehr manipuliert wirst oder dich selbst manipulierst. Und plötzlich war dieser Tag da. Und ich gebe dir dieses Geschenk jetzt weiter und danke dir, dass du es weitergibst. Während dieser Reise fließt hochschwingende Energie aus der Urliebe-Lichtquelle, aus der Urzentral-Sonne, aus der Sonne, die du mit deinen Augen siehst, zu dir, aus Mutter Erde. Du wirst eingebettet in all diese Energien. Ich werde deine Zirbeldrüse geistig-energetisch für dich reinigen und klären und dich mit all diesen Energien verbinden, damit du leichter durch diese Zeit kommst. Nimm dir jetzt Zeit für dich. Schließe deine Augen, um noch mehr bei dir selbst einzukommen. Lass deinen Atem ganz ruhig fließen, so wie er das möchte. Es geht jetzt nichts zu tun. Lass alle Kontrolle los. Dein Ego, dein Verstand, tritt jetzt zur Seite. Dies übersteigt deinen Verstand, und dein Ego mag das gar nicht. Du darfst dich jetzt ganz tief sinken lassen in deine Unterlage, alle Schwere einfach abgeben, ganz zu dir kommen, tief in dich selbst hinein sinken. Du gibst dich einfach hin, du lässt dich fallen. Du hast keine Erwartungen, Forderungen, Bedingungen oder Wünsche. Absolut nichts. Du lässt geschehen. Was jetzt geschieht, ist mit dem Verstand nicht zu verstehen. Was jetzt geschieht, ist sehr mächtig. Und so sinkst du tiefer und tiefer in dich selbst hinein. Und in Dankbarkeit und Wertschätzung dem gegenüber, was du jetzt erhältst, kannst du auch gerne deine Hände auf dein Herz legen, auf den Solaplexus, wenn du möchtest, die andere Hand. Und einfach entspannen. Du wirst immer ruhiger und ruhiger. Singst immer tiefer und tiefer. Alles geschieht für dich, und danke, dass du bereit bist, dies für dich zu tun. Du nimmst unter dir die Erde wahr, als Licht, Kraft und Energiekugel, wunderschön leuchtend und strahlend. Eine Licht, Kraft und Energiekugel. Sie trägt dich, hält dich und nährt dich. Mutter Erde. Die urweibliche Energie, die Mutterenergie, und du lässt dich tiefer sinken und tiefer sinken. Du gibst dich ihr ganz hin, in Dankbarkeit und Wertschätzung. Und du sagst Ja zum Leben hier auf der Erde. Du gehst in den Frieden mit dem Leben hier auf der Erde. Du entscheidest dich ja, den Himmel auf der Erde zu leben. Ganz hier zu sein mit all deinen Sinnen. Ganz hier zu sein. Ganz hier zu sein. Die Kraft, Licht und Energiekugel. Mutter Erde unter dir. Ober dir die Kraft, Licht und Energiekugel, Vater, Himmel, die urmännliche Energie. Du jetzt zwischen Himmel und Erde. Du zwischen deinen wahren Eltern, Vater und Mutter. Du zwischen urweiblich und urmännlich. Ober dir, Vater, Energie, Kraft und Energiekugel. Himmel, die dir Schutz und Sicherheit gibt, in Dankbarkeit und Wertschätzung. In dieser Energie gegenüber sinkst du tiefer und tiefer und kannst dich noch mehr entspannen. Du kannst das ganze alte Weltbild, alle Konzepte loslassen. Das Loslassen fällt dir heute ganz leicht. Nicht mehr aufzubauen auf dem Alten. Nicht mehr die Vergangenheit von hinten nach vorne zu holen, ins Jetzt und in die Zukunft. Nein. Alles neu. Du kehrst zurück in dein wahres Sand. Du kehrst zurück zu dir selbst, in die Rückverbindung mit männlich und weiblich, in die Rückverbindung mit Vater und Mutter. Und du kannst ab sofort und jetzt wieder vollkommen und ganz Nähe zulassen, zu dir selbst und zu deiner wahren Mutter, zur urweiblichen Energie und Mutterenergie. Und genau jetzt steigt diese Kraft Energie und Lichtkugel Mutter Erde immer höher und höher. Sie nähert sich dir an, bis du in dieser Kugel dich befindest. ganz eingebettet in diese wunderbare Energie, die Leben heißt. diese Energie, die dein Körper braucht. Und du lässt wieder Nähe zu, zur urmännlichen Energie, der Vaterenergie, Schutz und Sicherheit und auch diese Kraft- und Energiekugel senkt sich herab, kommt dir immer näher und näher, bis du ganz auch in dieser Kugel eingebettet bist. Du bist jetzt eins mit Himmel und Erde. Du bist eins mit Vater und Mutter. Du bist eins mit männlich und weiblich. Du jetzt in diesen Kugeln, das Kind, das geboren wurde aus der Quelle, bestehend reinst aus der Energie der bedingungslosen Liebe, geboren im kosmischen Tanz zwischen männlich und weiblich. Das ist dein Ursprung. Das ist deine Urfrequenz. Das bist du. Mit wundervollen Gaben ausgestattet. Und all das wird dir möglich werden, hier auf der Erde zu leben. Deinen Weg aufrecht, selbstbestimmt, mächtig, kraftvoll, machtvoll, authentisch, unabhängig, frei zu gehen. Du möchtest frei sein, dann gib auch alle anderen frei. Mach dich frei. Du möchtest in Frieden sein, dann mache mit allen Frieden. Du möchtest in der Liebe sein, dann baue dein Leben auf dem Fundament der Liebe auf, eingebettet in Urvater, Urmutter, weiblich und männlich, in Kraft und Energie, im Licht. Das ist dein Urzustand. Und du lässt dich ganz hinein sinken in diese Energie, die so mächtig ist, so kraftvoll und lichtvoll. Währenddessen wirst du gereinigt, durchleuchtet, durchlichtet. Du erkennst, du bist selbst dein Erlöser. Du erkennst dich immer mehr selbst. Dein Bewusstsein öffnet sich immer mehr, immer weiter. Du bist in einer Ausdehnungs- und Anpassungsphase. All deine Hellsinne werden geöffnet, gereinigt, werden wieder aktiviert, raus aus der Manipulation. Alle Energiestaus werden entfernt und du kommst immer mehr und mehr zu dir selbst. Du wirst wacher und wacher, bewusster, ruhiger, entspannter, gesünder, vitaler. Du wirst den Himmel auf der Erde leben, deine absolute Vollkommenheit, das, was du in Wahrheit bist. Und all das sinkt ganz tief in dich hinein und du wirst dich immer daran erinnern. Und jetzt erblickst du die strahlende Sonne ober dir. Sie ist verbunden mit der Urzentralsong und wiederum mit der Urliebe-Lichtquelle. Und in dir diese Sonne, der Solaplexus, den wir jetzt gleich mit der Sonnenenergie verbinden werden. Aus der Sonne ober dir ein wunderbarer, goldleuchtender Ball. Und auch eine sehr mächtige Energiekugel, die Feuerenergie. So, dass auch du dein inneres Feuer wieder, die Kundalini-Energie, deine stärkste Kraft wieder aktivieren kannst. So, dass all deine Drüsen und Sinne erweckt werden, sich ausdehnen können, dass sie ihre wahre Größe wieder annehmen können, so wie du in deine wahre Größe wieder gehen wirst. Aus diesem mächtigen Feuerball aus goldenem Licht kommt jetzt ein Strahl zu dir herab. Dieser Strahl geht durch dein Kronenschakra. In deinen Kopf hinein. Dein Kronenschakra ist weit geöffnet, es wird währenddessen gereinigt und geklärt. Geht dieser Strahl in dein Gehirn hinein. Dein Gehirn wird zu einem leuchtenden, goldenen Energiefeld. Goldene Gedanken. Goldenes göttliches Licht fällt in deinem Kopf. Dieser Strahl aus der Sonne, Urzentralsonne- und Urliebelichtquelle geht zu deiner Zirbeldrüse. In der Mitte deines Kopfes. Zirbeldrüse. Hypophyse. Verantwortlich für dein Hormonsystem, deinen Biorhythmus, dein drittes Auge. Du nimmst deine Zirbeldrüse ganz klein, warm. Sie hat all ihre Macht und Kraft verloren in all den Zeiten, die du hier gewandelt bist, in all deinen Inkarnationen, tausende Jahre auf dieser Erde. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, dass du zurückkehrst. In deine einzigartige Schöpfermacht und Schöpferkraft. Genau jetzt, in diesen Augenblick, keinen Tag später. Dieser Strahl geht in deine Zirbeldrüse hinein. Sie wird befeuert. Sie wird aktiviert. Sie beginnt sich zu vergrößern. Sie wird immer größer und größer. Sie dehnt sich aus. Sie wird wieder verbunden mit der Quelle, mit der Sonnenenergie. Sie beginnt zu leuchten, zu strahlen. Und es strahlt aus deinem Kopf hinaus. Die Energie wird ausgedehnt. Nicht mehr klein, nein groß. Nicht mehr ohnmächtig, nein mächtig. Nicht mehr manipuliert, nein vollkommen frei. Die Zirbeldrüse schickt jetzt einen leuchtenden Strahl durch dein drittes Auge hindurch. Dein drittes Auge wird geöffnet. Aus deinem dritten Auge zwischen den Augenbrauen strahlt jetzt ein Licht. Du kannst alles durchblicken, durchleuchten. Du kannst immer besser die Wahrheit erkennen. Du kannst immer mehr deine Intuition wahrnehmen und ihr folgen, wem das dritte Auge geöffnet ist und strahlt. Der Sonnenstrahl geht weiter, von der Zirbeldrüse weiter und weiter durch deinen Körper. Alles, was er durchwandert, wird aktiviert, gereinigt, geklärt. Er geht durch dein Halschakra, dein Halschakra leuchtet. Er geht durch die Schilddrüse, deine Schilddrüse erleuchtet und strahlt. Er geht durch deine Thymusdrüse, in der Mitte deiner Brust, oberer Brust. Thymusdrüse verantwortlich für dein Immunsystem. Sie wird aktiviert, sie vergrößert sich. Sie nimmt wieder ihre volle Macht und Kraft an. Du strahlst aus deiner Thymusdrüse. Du strahlst nach hinten, nach vorne, nach links und nach rechts. Der Strahl geht weiter in dein Herzchakra. Du wirst von innen heraus erleuchtet. Es strahlt aus deinem Herzchakra. Nach hinten, nach vorne, nach links, nach rechts. Der Strahl aus der Sonne geht weiter in deinen Solarplexus und verbindet sich jetzt mit deiner inneren Sonne. Auch hier wird gereinigt und aktiviert. Deine innere Sonne erwacht und strahlt und ist jetzt in Verbindung mit der Sonne, Sonnenenergie, Urzentralsonne und der Quelle. Der Strahl geht weiter in dein Sakral-Sexual-Chakra. Du erleuchtest von innen heraus und du strahlst nach außen. Und der Strahl geht weiter in dein Wurzel-Chakra-Kundalini-Energie. Und vielleicht wird es warm, weich, trotzdem kraftvoll und mächtig. Und so wird jetzt dein inneres Feuer, deine stärkste Kraft verbunden mit der Sonnenenergie, mit der Quelle. Und wann immer der Zeitpunkt für dich zum Besten ist, wird sich deine stärkste innere Kraft, deine Feuer-Energie entfachen. Sodass du dein inneres Feuer leben kannst, hier auf der Erde. Nichts ist hier zu tun oder zu manipulieren oder schneller haben zu wollen, lass das sein. Es geschieht immer zum richtigen Zeitpunkt für jeden, ganz individuell und persönlich. Und der Strahl geht jetzt weiter durch deine Knie-Chakren, durch deine Fuß-Chakren und verbindet sich mit der inneren Sonne der Mutter Erde. Und dieser Strahl stellt jetzt wie eine kleine Säule dar, die von oben nach unten durch dich durchgeht. Und geistig kannst du jetzt, und ich mache das für dich energetisch, diese Säule ausdehnen. Sie wird immer größer und größer. Sie dehnt sich in die Breite aus. Wird größer und größer. Immer größer. Immer breiter, weiter, mächtiger, strahlender. So weit, wie es für dich möglich ist. Und jetzt bist du in deiner ganz persönlichen Lichtsäule ebenso eingebettet wie in die Kraftlicht- und Energiekugel, Mutter Erde, urweiblich, in die Mutterenergie, in die Kraftlicht- und Energiekugel, Vaterhimmel, in die urmännliche Energie. Verbunden, deine innere Sonne mit der Sonne. Verbunden mit der Quelle. Vollkommen sicher und beschützt in deiner Lichtsäule. Das Ganze wird jetzt noch versiegelt, verstärkt. Du erhältst noch eine Lichtdusche, nenne ich das immer, die circa sieben Stunden jetzt andauern wird, so wie es für dich gut und richtig ist. Und ich beende das mit Lichtsprache und aktiviere diesen Zustand in dir und um dich herum. Gnade und Segen für dich. Gnade und Segen für dich. Vielen Dank. So kannst du all das jetzt ganz locker und leicht loslassen. Die Energien suchen sich selbst ihren Weg. Geschehen lassen, hingeben, sein lassen. Und so oft wie du möchtest, das Bedürfnis hast, den Impuls bekommst, kannst du diese Reise machen. Sie wird ewig bestehen und wertvoll sein. Du kannst sie immer wieder machen. Und ich wünsche dir eine wunderbare Reise mit dir selbst hier auf der Erde. Du wirst unermesslich gelebt. Du bist gewünscht, so wie du bist. Du bist wertvoll. Es ist Zeit für dein Leben, für dich, weil du wertvoll bist. Sei gesegnet, du wunderbare Seele. Danke, danke, danke.